Hier aber trotzdem gute Führung auf die Mange, das ist wie Jonas Böttinger hier doch sehr souverän, die ganze Brutklinge vorne weg. Und da steht das Ergebnis von Jonas Böttinger auch schon. Jonas Böttinger, herzlichen Glückwunsch, Endlauf B für sich entschieden. Sind Sie im Allgemeinen zufrieden mit Ihrer Leistung? Ich bin sehr zufrieden. Das ist jetzt mein erstes Jahr Kanu. Vorher war ich Schwimmer und besser könnte es nicht laufen. Übers Meer Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden.